Ja, und es geht direkt in diesem Level weiter. Direkt an dieser Stelle. Hm, vielleicht könnt ihr euch ja wohl denken, dass ich gar nicht das Aufnahmeprogramm beendet habe und direkt das dahinter starte. Aber oui, man weiß ja nie. Willkommen in Part 10. Eine Botschaft der Schlange. Was für ein Held. Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Sein verkackter Ernst? Ist der größte Lappen, den ich auf dieser Erde je gesehen habe, ey. Warte mal, ich merke gerade, die werden die ganze Zeit angreifen. Und es wird richtig heftig bald, vermute ich. Es wird richtig heftig. Stockt die Bevölkerung auf und Gesegnete. Oh, ich habe ein People da drinnen. Ja, ich brauche Gesegnete. Gut, dafür habe ich kein Gold. Meine Burg läuft überhaupt noch gar nicht. Ja, das sind schon ein paar mehr. Gucken wir mal, Leute. Gott, deswegen. Äh, das habe ich jetzt völlig unterschätzt. Ich labere ein Bullshit die ganze Zeit hier. Ähm, ich hoffe... Da ist sogar noch ein Bär, ich glaube... Kill den Bär, Mann. Kill meine ganzen Bauern. So, fick dich, Bär. So, danke, Lordi. So, das werden die nicht hinkriegen. Neun Bogenschützen. Ich habe sogar noch alle dabei. Ja, hack mal am Turm. Äh, ja, genau. Hack mal am Turm. So, ich habe verkackt. Ähm... Ja, schneller. Etwas schneller. Etwas schneller. Etwas schneller, etwas schneller. Jo, sie sind drinnen. Und jetzt nicht auf meinen Steinminen. So, okay. Bezwungen. So. Jo, jetzt kommen die lieben Wölfe auch noch hinzu. Das ist doch das klassische Spektakel. Psella, jetzt habe ich mich einmal ein bisschen... Machen wir jetzt hier einmal doppelmaulig. Oh, das wird... Das ist heftig. Jo, kostet so viele Steine. Womit kann ich dienen? So, und es wäre auch vielleicht ganz nett für die Jäger und so weiter, dass ich auch mal ein Burgtor baue. Und auch für den People, der da draußen steht. So, die Steinmetze sind auch wieder alle belegt. Die Burg läuft langsam wieder. Und ich habe auch sau viel Nahrung. Ähm, nein. Ich mache jetzt hier alles voll mit Jäger. Eure Beliebtheit sind... Und dann mache ich vier von denen hier. So. Das Volk ist entzückt über eure bevorstehende Vermeidung. Ich weiß. Okay. Ähm, dann machen wir mal weiter. Okay, ich brauche zehn Steinen. Den sollten wir... Warum ich manchmal so behindert rede, weiß ich auch nicht. Ich kann auch die Steinmetze da was hinbringen. Ich kann auch so ein geiles Holztor bauen. Also, äh, da, glaube ich, spricht auch nichts dagegen. Naja, vielleicht doch etwas viel. Naja, auf jeden Fall kann ich hier... Ja, genau. Wenn ich Holz hätte, könnte ich da auch einen Marktplatz bauen, genau. Ähm, die Wahrscheinlichkeitssätze... Ne, heißt die Wahrscheinlichkeitssätze nur... Wenn. Die Möglichkeit Sätze, keine Ahnung. Oder wenn Sätze. If Clothes. Ja. Immer nur wenn, wenn. So. Ja, geht uns. Komm, Alter. Bin zur Stelle. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Jo, das beruhigend. In Bewegung. Das ist very beruhigend. Ähm, so. Dann baue ich mal um den Turm hier noch eine Mauer, würde ich sagen. Eine Botschaft der Schlange. Es ist Zeit, dass... Was sollte ich hier so segnen? Genau, den Spruch kenne ich. So, aber meine Burg nimmt doch langsam Gestalt an, würde ich sagen. Das sieht doch alles ein bisschen besser aus. Als ganz am Anfang, finde ich. So. Guck mal, der sieht jetzt doch mal etwas sicherer aus. Mit Zinn. Umrahmt. Das sieht doch mal geil aus. Ich bin leicht unter Druck. Ich komme schnell unter Druck. Ich weiß. Ach, einen Markt gibt es unter Handwerklich. Upsala. Ich bin nicht geholz. Holz. Okay. Das wird mehr. Killt, was am besten zu killen ist, also. Ihr habt die größte Ahnung von allen. Also, ich gucke mal da nicht hin. Und ich habe 19 Bögen da drin. Gut. Und ich kann leider keine bauen. Und ich würde jetzt mal gerne einen Marktplatz bauen. Aber die Bogie, mach rein. Nehme mir hier so viel Holz weg. Oh, das sieht schon mal ganz schön gut aus, finde ich. Ja, das sieht ganz gut aus. So. Macht mal alle auf das Katapult hier. Und jetzt das Katapult. So, schnell kaputt, Mann. Und schnell kaputt, Mann. Ich meine, erst die Katapulte, damit die nicht noch die Mauer weiter... Oder die Türme weiter zerstören. So. Scheiße. Nein. Ist mein... Wie kann der denn leer sein, Mann? Ich habe irgendwie... Bezwungen. Ja, super. Trotzdem sau viele... Ich habe trotzdem sau viele... Sau viele Truppen verloren. Aber ich habe viele noch... Jetzt... Viele Bögen noch... Ähm... Ihr könnt das nicht dort platzieren, Milo. Hölfe greifen an, Milo. Ja, Mann. Mann, ey. Das interessiert mich nicht. Ich habe... Im Moment habe ich wirklich... Viel, viel größere Probleme. So, die soll man hier nicht so... Oh, super. Wohin gehen wir? Bis dahin. So, zack. Fertig. Und dann kann ich hier auch wieder... Mann, einen Turm bauen. So. Und meine Beliebtheit ist wieder im Eimer. Eiskalt. Geil. So. Und guck dir an, was die hier angerichtet haben. Die... Die Pisser. Muss jetzt alles nachbauen, hier. Mann, oh. Und meine Beliebtheit geht langsam. Ich habe 39 Beliebtheit. Shit. Ähm, gut. Gut. Shit, shit, shit. 40. Sie steigt. Sie steigt sehr, sehr schnell. Na, okay. Sie steigt wacker vielleicht, kann ich ja sagen. So. Alles klar. Das sieht doch schon mal wieder ganz komfortabel aus mit dreieinhalb Bogenschützen. Scheiße. Und ich muss jetzt mal hier wieder um die Dinger bauen. Ähm. So. Ist echt ganz praktisch. Da bleiben die echt sehr verschont. Sehr verschont, die Türme. Bauen wir da sogar noch Zinn rum. Sind wir mal ganz großzügig heute. So. So. Zack. Dann haben wir da sogar Zinn rum. Und jetzt bräuchte ich Truppen. Und die kommen nirrt. Natürlich kommen sie nirrt. Oh, ich habe... Oh, ich habe Holz. Dann kann ich mal vielleicht ein paar Holzfälle bauen. So. Nahrung habe ich jetzt ein bisschen. Ich baue noch mehr Nahrung an, wenn ich ein bisschen Truppen wieder habe. Und das sieht ganz böse aus. Ohne Witz. Das sieht richtig böse aus. Denn ich habe ja gar keine, ähm, Bögen. 31 Stück. Wölfe greifen an, mein Lord. Dann kann ich dir auch erstmal einschläfern hier. Ach, das ist... Doch. Da schläfe ich erstmal. So. Die Arbeit wurde eingeschläfert. Jo. Kann sie auch. So. Jetzt kommt so Bock. Bitte. Schnell, schnell, schnell. Ich baue sogar noch eine Sexy Boy. Bitte, damit ihr ein bisschen schneller. Hier, kommt so. Ähm, ansonsten... Boah, ich brauche es... Ich brauche es mal anfangen, langsam gesegnet hier zu machen. Ach, du heiliger Strohsack. Ich habe gar keinen Gold. Ich habe nichts. Bögen kann ich nicht verkaufen. Das ist böse. So, aber vielleicht wäre es mal langsam Zeit, mal einen Marktplatz zu bauen. Nö, habe ich null. Doch, kann ich machen. Die sind ja eh gerade nicht in Betrieb. Die netten Bogenmachereien. Also kann ich... Oh, geil. Habe ich viel Nahrung, man. Die Girl. Voll viel Nahrung. So, die Holzfäller ackern. So, komm. Ist alles langsam besetzt. Ich brauche die Kuten. Ich brauche... Bogenschützen bis nach Meppen. So, ein paar können da rüber gehen. So. Ich brauche Bogenschützen. So, ist alles jetzt besetzt langsam. Ach, nö. Das sind doch alles hier umbesetzt. Brau rein. Macht Kinder. Macht Kinder. Wieg in Fieke nicht vergessen. Wieg in Fieke nicht vergessen. Alter, ich habe so gelitten ab und zu mal. Finde ich. Finde ich. Genau. Entlegene Dörfer sahen eine Träume der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Oh mein Gott. Äh. Ah, das haben wir. 1 pro Gold. 77 Gold. Das hat es gebracht. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Das Volk hat eine hohe Meinung. Das hat es gebracht, Bruder. Ja, komm. Komm, das Ding geht halt ein bisschen ab. Oh, oh. Oh. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Rücken aus. Oh, Bogi sind schon alle weg. Hupsala. Wo sind die denn geblieben? So. Ab aus Katapult alle. Ja, das Schild bringt viel, wenn es da steht. Ganz viel sogar. Und sie haben es auf Burgtor abgesehen. Yeah. Es war immer wieder sehr schlau von mir. So. Knallt sie jetzt ab. So. 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 Schauen wir schon mal. Wäääh. Bitte nicht verlassen. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Kommt her zu Bock. Ihr seid liebe Leute seid ihr. So. Dann kann jetzt auch das hier wieder angekurbelt werden. Was? Mann. Drei Schilder. Ist bezwungen. Gegen drei Schilder. Ach ja. Okay. Da unten waren noch ein paar Streitkäuern. Ich hab zwar. Aber ansonsten waren das drei Schilder. Diese Musik noch. Diese dramatische Musik. Und dann kämpfen meine Bogenschützen gegen drei Bilder. So. Der neue Blockbuster. Lord Margo versus drei Schilder. So ein Scheiß. Die sind schon mal wieder geladen. Und so ein Scheiß. Wie ich hier mal wieder redere. Wie ich hier mal wieder redere. Boah, das ist geil, Alter. Ich amüsiere mich manchmal über mich selber. Was ich für ein Bullshit labern kann, ja. Was ich für ein abgemagert Bullshit und ab. Wo wir gerade bei Bullshit sind. Ich hab 100 Abonnenten. Und ich hab 100.000 Aufrufe. Ja, ich bin der berühmteste YouTuber auf Erden. Nein. Nee, es gibt Fortschritte. Ich bin sehr stolz auf mich. Und ich bin sehr stolz auf euch. Dass ihr mich hier unterstützt. Oh, Alter. 263 Holzdiege. Das läuft, Dig. Das läuft. Jetzt läuft die Burg. Echt. Jetzt läuft die Really. Ja, jetzt läuft sie. Oh, guck mal. So, jetzt hab ich wirklich richtig viel Holz. Sprich, ich kann jetzt auch mal ein paar Jäger bauen. Wirklich nur ein paar. Wirklich nur ein paar. Ja, ein paar. Mensch, ich hab da auch nur von ein paar geredet. Das Blöde ist, wenn ich die Bevölkerung so hoch mach, umso mehr Gesegnete brauche ich. So, dann verkaufen wir jetzt mal ein bisschen Holz. Und dann kann ich auch mal eine Kirsche bauen hier. So. 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 So, die Bevölkerung ist, glaube ich, auf 50. Yay. 54. Und jetzt brauche ich 75 Prozent Gesegnete. Ja, das sind drei Viertel. Das haut, glaube ich, nicht hin, oder? Ähm, das heißt, dass zwei von drei Menschen gesegnet sind. Oder drei von vier. Ne, zwei von drei sind die ja nicht. Das sind ja 66 Prozent. Ähm, ich meine natürlich drei von vier. Das haut wohl eher hin. So, da können wir auch. So. Da können auch sonst zwei Ochsen jochen gerne hin. Da können auch so Pfeilen, so. Das geht doch alles. Ihr könnt das nicht doch alles. So, hier hinten. Oh, komm mal. Hier brauchen wir auch nochmal Paulsfäller, so ein paar, ne? Das geht immer Chlor. Ja, ich bin gerade etwas euphorisch, denn es läuft wieder alles, es läuft wieder alles und ja, hm, ah, 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 die schöne alte Zeit, ne? Ah, ich weiß, ich weiß. So, auf jeden Fall machen wir denn nicht jetzt auf jeden Fall ein bisschen nett sein. Ist geil, wie ich rede manchmal, ne? Das ist, das ist dieses, ähm, meine Konzentration ist am Arsch und ich will noch irgendwas labern und ich will nicht meine Fresse halten. Und dann plappere ich irgendwas vor mir hin. Das kennt ihr vielleicht von mir schon. Ja, bin ich ganz berüchtigt, ja. Ja, dafür. Steht sogar in der Zeitung, ja. Er Mago ist berüchtigt für seine. Wir benötigen Gold. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das Volk liebt euch, mein Lord. Ja, Religion null. Ich weiß, wenn meine Religion ein bisschen höher geht. Vielen Dank. So, das verkaufen wir den Scheiß hier, so. Die braucht kein Pipel. So, 98 Steine dürfen wir auch gerne verkaufen. 36 Bögen verkaufen wir nicht, den brauchen wir nicht ihm mehr. So, da haben wir auch ein bisschen Gold. Och, Gold, also. So, dann machen wir noch eine Kirche. Machen wir mal auf die andere Seite hier, so. Oder machen wir noch eine Kirche, direkt daneben. Ähm, dass er zu schlau war. Mein ganzes Gold wieder rauszuhauen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. So, soll ich jetzt mal wieder Angst kriegen? Ne, sie fangen ganz klein an, das ist mir schon klar. Ich soll immer meine Fresse halten, sonst schmiere ich wirklich gleich noch ab. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ich würde mal sagen, dass ich jetzt auch mal langsam... Ja, super, kein Gold. So, dann würde ich mal sagen, verkaufen wir wieder ein bisschen... ...Hölz hier. So. Na. Na gut, jetzt wird immer... Na gut, das war jetzt noch nicht viel, aber... So, ein bisschen kann... Ich hab nur noch nicht genug Gold. Wird's mich eigentlich verarschen? Hm, verkauf ich halt ein paar Bögen. So. Zwei Piegenmachereien sind ja auch mal ganz gut, ne? Dann kann ich... Wir benötigen Gold, mein Lord. So, ich kann keinen. Shit. So. Die 26 Bogies bitte nur auf die Katapulte erstmal schießen. So. Und jetzt das. Oh, das kriegen sie zerstört schnell auf den Tuch. Oh, noch gerettet. So, jetzt sind sie durch. Ist ja gut und schön. Freut euch, aber sie zerstören noch weiter. Nee, der Lord... Sie wollen mich nicht töten. Der Lord ist egal. Ja, der Lord ist egal. Oh, vielleicht baue ich mal einen Bigger hier. So ein Bigges Ding hier. So, man weiß. Oh, das passt da so. Nice. Das passt da so gerade. Oh, hey. Hallo. Lass mich da mal hin. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja. Das höre ich eigentlich nicht so gerne. Das höre ich wirklich eigentlich nicht so gerne. Ja, bietet mir doch mal was an hier. I need place. I need place for build Käsefarms. Ich habe einen Kommentar bekommen. Mach mal bitte auf Englisch, ja. Aber nee, ich bin Deutscher. Und das ist ein bisschen schwer für mich. Ja, das ist eine liebe Idee, aber... Ähm, ich kann ja auch Englisch, aber das ist... Ähm, denn let's playen muss man das wirklich echt fließend können, weil ich möchte ja labern, labern, labern hier. Und das ist wirklich dafür echt ein bisschen schwer. Also das muss man hier... Das muss man einem lassen. Das ist dann doch wirklich echt ein bisschen zu viel verlangt, ne? So, was haben sie denn hier angerichtet? Oh, sie haben den Turm zerstört. Den... Ansonsten haben sie gar nichts... Ach, süß, Mensch. Ihr Arm, kleinen Wichte, du. Oh, nee. Bitte nicht. Aber ich kann mir Brot kaufen, ne? Ja, super, aber so viel Gold bringt es ja auch so viel, ne? Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Das haben wir auch noch nicht gehört in dem Let's Play, ne? Oder? Dass die Waffenkammer voll ist, ey? Wie nice ist das denn? Ja, die Bogen... Die Bogenmacher reingeben Vollgas. Und ich... Ich hab irgendwie viel zu wenig Gold, um das wirklich... Ich glaub, ich kann Steuern machen, sehe ich gerade. Ja. Das lass ich mir mal nicht hingehen hier, so. Machen wir mal ein bisschen Steuern. So, machen wir nochmal eine Kirche hier. Super, 36% gesegnet. Das ist ja immer schon ein Fortschritt, finde ich. Oder? Was geht hier? Ja, ist ein Fortschritt, ne? Epic. Alter, guckt euch diese Massen an Bogenschützen an. So. Schicken wir alles auf den Turm, so. Die Oxen ja auch geben auch Vollgas. Ja, die können noch mehr Vollgas geben, oder? Was habt ihr? Ja. Die können noch mehr Vollgas geben. Ja gut, den kaufe ich mir halt mal ein paar Brot suchen. So, 19 Brot. Das reicht für ein paar Monate. Nee, reicht's glaub ich nicht, aber... Naja, egal. Dann machen wir mal weiter. Und zwar mit einem Stopp. Den wir beenden. Wir sind sehr knapp, Sire. Ja, sind sehr knapp, Sire. Wir beenden hier mit diesem Part. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Lord Marge.